herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn euch die videos hier auf dem kanal gefallen würde ich mich richtig übernahme freuen außerdem bewährte kommentiert und teilt natürlich gerne das video und schaut auch gerne auf einem twitter kanal vorbei link dazu ist eine video beschreibung und ich würde sagen wir schauen uns jetzt den item shop an heute haben wir wieder ein paar skins zum st patrick date im shop weiß gar nicht wann er genau war ob der gestern oder heute ist könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben wenn er das ist auf jeden fall haben wir heute wieder ein paar neue skins dazu wir kommen ja auch immer nur einmal im jahr im shop das heißt der wird wahrscheinlich auch um die 365 tage nicht nur im shop gewesen sein dazu gibt es dann noch den goldtopf als spitzhacke dann habe als nächstes noch den wolfs skinner den wolf käppchen skinner mit dem standard mit standard variante und dann einmal der variante ohne kopf verdeckung dann haben wir dazu die große böse axt und die wolfsjäger lackierung hat leider nur eine relativ leichte animation kann man ein bisschen schwerer manche im game erkennen dann aber auf jeden fall als nächstes den maini skinner dann den club shadow war glaube ich auch schon etwas länger nicht mehr im shop der skin beziehungsweise ist im generellen relativ selten im shop erst gewesen dann haben wir den dynamo skinner den skins spielt spielt jeder zweite fortnite spieler wenn man in der runde so und wo es rein schaut denn ist einfach mindestens ein viertel aller spiele einfach mit dem namus gehen unterwegs und dann anderes viertel hat einfach den aura skin diese beiden skins werden glaube ich und es sind einfach die häufigsten gespielten skins in fortnite deshalb hätte ich sie nicht gekauft weil ihr damit wirklich absolut keinen besonderen skin habt und ich finde sonst gehen sollte auch schon ein bisschen was besonderes sein was vielleicht nicht jeder in einer runde spielt dann haben wir als nächstes die glückse muster lackierung kann dann die eiszapfen spitzhacke dann den tanztherapie mode war glaube ich auch schon sehr sehr lange nicht mehr im shop ist aber auf jeden fall immer noch ein eisemot wird sagen von allen meinen emotes bereits am wenigsten den gekauft zu haben dann haben wir als nächstes setzt sich doch und dann habe heute auch noch einen besonderen angebot shop mit dem klebeauftrag das gerne dazu das glück glückskli backpack muss man sich allerdings extra kaufen dafür sind beides nur grüne items dann habe den chance skin mit der mit den silberschläger spitzhacken das war es dann auch mit dem heutigen shop video ich hoffe es euch gefallen und bis zum nächsten video